Priscilla Presley muss erneut einen Todesfall in der Familie verkraften. Die Schauspielerin trauert um ihre Mutter Anna Lilian Iversen. Meine wunderbare Mutter ist heute gestorben. Sie war das Licht in unserem Leben. Sie wollte nie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ihre Kinder waren ihr ein und alles. Mögest du in Frieden ruhen, Mama? Du wirst immer bei uns sein, schrieb sie am Montag auf ihrem Instagram-Account zu einem Foto von ihrer Mutter mit einem Blumenstrauß. Iversen wurde 95 Jahre alt. Priscilla's Enkelin, Schauspielerin Riley Keo, trauert ebenfalls öffentlich um ihre Urgroßmutter. Wir haben heute Morgen unsere wunderbare Oma verloren. Sie war eine unglaubliche Frau und Mutter. Ruhe in Frieden, Oma, schrieb sie zu einem alten Foto, das Anna Lilian Iversen zusammen mit ihrem zweiten Mann, dem kanadischen Luftwaffen-Offizier Paul Beaulieu, und ihrer Tochter Priscilla aus erster Ehe zeigt. Priscilla Presley's Enkel starb vor einem Jahr Anna Lilian Iversens Tod folgt ein Jahr nach dem Tod von Priscilla Presley's Enkel und Riley Keos jüngerem Bruder, Benjamin Keo. Dieser hatte sich im Juli 2020 im Alter von 27 Jahren das Leben genommen. Die US-Schauspielerin gab 1967 in Las Vegas dem King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, das Jahrgott. Anfang 1968 kam die gemeinsame Tochter, Sängerin Lisa Marie Presley, zur Welt. Im Herbst 1973 wurde die Ehe von Elvis und Priscilla Presley geschieden. Elvis ist vier Jahre später gestorben. 혼er Frankreich Sowetbowel 3 Amy reviswolter VersНуter Moment Vorspray Musik Woh